Fällt es Ihnen schwer, in der stetigen Informationsflut den Überblick zu behalten? Unser neues Tool MyFroNews sorgt dafür, dass Sie von uns genau die Inhalte bekommen, die für Sie interessant sind. Durch unsere drei Business Units Perfect Welding, Solar Energy und Perfect Charging sind wir in vielen Bereichen aktiv. Mit MyFroNews steht jetzt ein Tool zur Verfügung, das die Zusammenarbeit mit unseren Partnern in den einzelnen Bereichen wesentlich vereinfacht. Mit Hilfe von Filter-Elementen kann der Informationsfluss auf relevante Neuigkeiten beschränkt werden. Sie entscheiden, zu welchen unserer Produkte Sie Updates und Informationen bekommen wollen und sind immer auf dem neuesten Stand. Wir wissen, dass unsere Kunden und Partner je nach Situation die unterschiedlichsten Informationen benötigen. Mit der neuen Plattform steht Ihnen jetzt ein schnelles und einfaches Tool zur Verfügung, das universell einsetzbar ist. Egal ob im Kundengespräch, bei Reparaturen vor Ort oder für Neuigkeiten rund um unsere Produkte. MyFroNews ist der digitale Zugangspunkt zum kompletten FroNews-Universum, egal ob mobil oder am PC. MyFroNews ist ein weiterer Schritt auf dem Weg vom Gerätehersteller zum ganzheitlichen Lösungsanbieter. Wir versorgen unsere Partner nicht nur mit unseren hochwertigen Produkten, sondern wollen auch weiterhin das beste Service bieten. Eine moderne Kommunikationsschnittstelle ist die Voraussetzung dafür. Die einfache Auffindbarkeit von relevanten Informationen und der Download von produktbezogenen Dokumenten erleichtern die Arbeit. Wir sind überzeugt, dass durch den verbesserten Informationsfluss alle unsere Kunden profitieren. Wir laden Sie ein, MyFroNews zu nutzen und freuen uns darauf, Sie weiterhin bei der Bewältigung Ihrer Herausforderungen zu unterstützen. Die neue Art der Information. MyFroNews MyFroNews MyFroNews